Herzlich Willkommen auf dem Kanal APL NETO und das ist das lang erwartete Auflösungsvideo von meinem Optifine Cape Gewinnspiel und heute werden wir zufällig den Gewinner herausfinden, ermitteln und zwar werde ich das so machen, es gibt so ein paar Internetseiten die quasi aus einem YouTube Video zufällig aus den Kommentaren irgendeinen auswählen und nochmal vorher zu den Kriterien und zwar dürfte man nur einmal kommentiert haben, weil das wäre unfair wenn jetzt jemand 200 kommentare setzt ist natürlich die Chance viel höher dass er gewinnt und es muss der Hashtag AuthenticibCaped drin sein, sonst kriegt er das Cape und schon wird ein anderer ausgewählt. So ich habe jetzt erstmal die URL reingefügt, jetzt werden die ganzen Comments erstmal geladen so und jetzt können wir erstmal den zufälligen Gewinner raus sortieren und gewonnen hat der Lukas Samen mit dem Kommentar AuthenticibCaped mit dem Ingenamen mit Lukas-David07 herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und ja vielleicht ein sorry an alle die mitgemacht haben und nicht gewonnen haben aber danke auf jeden Fall für über 100 Kommentare das ist unglaublich auf jeden Fall danke dafür und am besten du meldest dich irgendwie als Kommentar jetzt unter dem Video oder schreibst mir über YouTube eine Nachricht und dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal Tschüss